da ist er also ne der könig ich werde heute streamen mit dem giuseppe und den gaben vielleicht mit gaben vielleicht vielleicht der countdown läuft 17 uhr 19 uhr auf jeden fall wird noch wahrscheinlich erscheinen in den sachen ja da ist er also da wird heute das live event passieren läuft ein countdown im fernseher wie also da läuft ein countdown im fernseher wie bei der wie beim raketenstart da sieht man gerade oben es ist 15 uhr da ist da sind jetzt nur der kleine balken und der große balken der andere balken ist weg da hätte was in der hand also heute live event und